Deutsche Memes die You Looked Axel, let's go Dieses Video soll jemanden verletzen und geht nicht zur Darstellung, alles klar Kann ich es mal ausprobieren? Natürlich, probier es Ist ganz einfach Fantastisch, das ist der Rudi und der Josef 187, Hai und hungrig, war schon, jetzt kommt Schnapp, das Motherfuckin' Krokodil, Habibi Wo ist die, ist die jetzt im Abfluss drinne? Ich ertränke die, direkt gerufen, was ist das Spinne? Warte, warte, warte Die krabbelst raus, aber noch nicht Mama, Sack Mama Ja Zeig dir mal was hier mit dem Glas, ok? Ja Mach mal deine Finger hier so Ja Mhm Jetzt, komm mit Wie, wie denn? Ey Ja, komm einfach mit Ey, das geht nicht, lass mich hier Also, also ein bisschen, bisschen Leute Hatte jetzt gerade jemand drücken? So Und von vorne herab, von hinten kam kam Pfff Pfff Gebelst du weg Gebelst du weg Gebelst du weg Zeig dir den weg, dass er mich verfrügel weg Ich hab garnis gemak Garnis Ich hab die Auswertung dabei und was soll ich sagen Ich hab dreimal nachgerechnet Aber das ist Wie das Hast du mich aufgeweckt? Ja, ich hab dich aufgeweckt Oh 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 Ich hab versucht das nicht zu tun ist alles. Hey, was machen Sie denn da? Ich mache gar nichts. Es sieht so aus, als würden Sie gerade mein Auto klauen. Ich bin doch kein Straftäter. Na gut, dann passt schon. Ich wusste es. Warte mal, warte mal. Jetzt bin ich hier stehen geblieben. Und das war nur durch Zufall vor einem Blitz. Oh nein. Ach schade, jetzt kann ich... Oh nein. Entschuldigung. Entschuldigung. Es tut mir jetzt echt leid, wenn ich hier Arbeit behindern tue. Es tut mir jetzt echt leid. Ich meine, irgendwie startet der Motor gerade nicht. Okay. Ja. Ja. Ah, holen Sie gerade jemanden, der mir helfen kann. Das ist aber lieb von Ihnen. Ich helfe mir zu mir. Wie bitte? So, ich will mich gerne lieben. Kein Problem. Perfekt. Dankeschön. Dankeschön. Das ist jetzt aber echt schade. Ah, Mann, Alter. Bruder, das ist voll nervig. Ja, echt. Hä? Bruder, das ist voll... Was hast du gesagt? Bruder, das ist voll... Ja, Mann. Warum lachst du eigentlich? War das lustig, was du gesagt hast? Mein Girl liegt im Kampen. War das lustig? Lustig. Musik. 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 Gute Bildqualität, gutes Licht, Hochkantfilm. Und dann drückt man einfach auf Sound aufnehmen. Und dann lässt man seine Kreativität freien Lauf. Und das sieht dann so aus. Musik. Also ein bisschen WM-Fieber kommt wohl doch bei dem Frankfurter auf. Haftbefehls Favorit ist übrigens Deutschland, aber das wohl nicht aus Überzeugung, sondern eher notgedrungen. Für wen soll ich denn sein? Kurdistan gibt es ja leider nicht. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, spätestens seit dieser Woche wissen wir, wir sind jetzt in einer sehr ernsten Phase der Corona-Pandemie. Tag für Tag steigt die Zahl der Neuinfektionen sprunghaft. Die Pandemie breitet sich wieder rapide aus, schneller noch als zu Beginn vor mehr als einem halben Jahr. Oh, let's go, that's class! Yo, Leute, ich hab einfach im Laden einfach einen Dudler gekauft, einen Dudler. Und wo ich das gar nicht darf, meine Mutter erlaubt mir das nicht, aber ich hab's trotzdem gemacht. Nachher kommt auch noch ein Freund, dann wird richtig einen Dudler gesoffen. Und da schon richtig spät draußen, ich müsste eigentlich schon in der Bett sein, aber... Up and down the crown, tears no more fight tonight. Lala booking hot, lala gonna start, it's for me and you, let's dream come true. Lala booking hot, lala gonna start, I got you. Oh! Hi. Oh, die sieht aber ein bisschen zu alt aus. Schade. Wer bist du? 13 oder 14? Was glaubt ihr denn? $5. So schon. So schon. $10. Jäge B ding. I Hhachach. So schon. So schon.